Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game gibt es wieder einmal Master Yi im Jungle. Ich spiele ihn wie gewohnt mit Eroberer Triumph, Legende Alpha, Gnadenstoß, Flinkheit und Aufziehender Sturm. So, dann schauen wir nochmal. Wir haben eine Quinn auf der Top-Lane LeBlanc, auf der Mid-Lane Tristana, ADC und Nami Support. Also kein Tank im Team, dafür Mid-Lane und Top-Lane können sehr schön roamen gehen, wenn es einigermaßen läuft. Im Gegner-Team haben wir Riven auf der Top-Lane, Amumu im Jungle, natürlich versucht er mich zu countern. Dann Nico auf der Mid-Lane, Draven als ADC und Leona Support. Und so weiß ich gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Dancen wir eine Runde. So. Unsere Butt-Lane muss gerade im Early ein bisschen aufpassen. So, jetzt die E-Skill. Und jetzt gehe ich eiskalt mal bei Amumu zum Red Buff. Könnte mir nämlich vorstellen, dass der Blue Buff gemacht hat und jetzt ziemlich schnell schon die Krabbe. Der konzentrierte Geist kann selbst Stein durchbringen. Jawohl. Oh, komm mit, komm mit, komm mit. First Blood für Quinn. Das ist nice. So, gegnerischer Red Buff gehört mir. Jetzt gehen wir nach der Krabbe gucken. Da ist er, Amumu. Ohne Red Buff. Hat die Krabbe auch noch nicht bekommen. Quinn macht einen guten Job da oben. Oh, nice Quinn. Nice, nice. Nice. Spielt Quinn auch mit der Eroberer. Ohne Red Buff. Okay. Okay. Die macht wirklich einen guten Job bis jetzt. Ich hoffe, das geht da so weiter. Okay. So. So. Q-Max sich zuerst. Und das geht wirklich gut hier durch den Jungle. Botline auch der Kill. Kann das ein Team, was ich nicht carryen muss. So. 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 Schnell voll heilen. Und ab geht's wieder in den Jungle. Das ist natürlich sehr geil, wenn ich auf... auf Level 6 farmen kann, wollte ich gerade sagen. Ohne dass ich groß ganken muss. Das wäre hervorragend. Aber da stirbt die Quinn. Hätte vielleicht einfach mal back gehen sollen. Aber hier hat's auch der Midland Kill. Nix geworden. Gott. Dann haben wir schon so früh im Game Den ersten Drake Blue Buff in 10 Sekunden So lange warten wir Können wir wirklich mal eine Runde chillen hier Sieht das da oben schon nicht mehr so gut aus Der Anfang war so schön Jetzt hat die Riven auch schon 2 Kills Oh level 6 erreicht Momo konnte ja natürlich jetzt safe die Krabbe machen Der Zweifel ist der größte Beat So Aber ich habe es gemerkt Bloß keine Kills entkommen lassen Lieber nehmen Und ich war mir da nicht sicher So gehen wir hier oben weiter Ich werde wirklich versuchen so viel zu farmen Wie es irgendwie geht Man sieht 36 zu 60 für mich Und dann werde ich richtig fett Ins Late Game eingreifen Ja Quinn bekommt immer mehr Probleme Man merkt es Boah Knappes Ding da oben wieder Momo jetzt auch Bot Ich werde mir in diesem Fall die Mercury Boots holen Viel zu viel CC im Gegner Team Oh schade Wirken Stufe 8 Zwei Kills Fighten will ich es noch nicht unbedingt Das ist die Chance Ich bin jetzt schon Ich bin jetzt in der Mitte Ich bin jetzt in der Mitte Nee, kriegt sie nicht So, nächste Drag ist bald ab Immer schön im Auge behalten Da unten ist der Momo Und ich bewege meinen Allerwertesten direkt auf die Bot-Main runter Schnell kann ich allerdings nicht Wie ich gerne würde Nur mal schnell die Wards klären Wow, Mitte So Somit können wir wieder einmal Drag machen Hm Hat die Nico unsere Leblanc. Hm. Da steht ein Pink. Die Mauer schnell und dann gehen wir Toplane helfen. Nein! Oh jo, die ist zu verrückt. Sehr greedy von der Quinn. So, aber der dritte Kill für mich. Und somit Rami fett. So. Red Buff holen. Zwei Drakes haben wir. Oh ja. Ah! 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 Mal sehen, ob es so weiter geht. So, haben wir sie wieder. Und jetzt gehen wir nochmal auf der Buttland vorbeigucken. Oh, well, Topland Tower zuerst dann. Und jetzt gehen wir nochmal auf der Buttland. Oh, damn it. Und jetzt gehen wir nochmal auf der Buttland. Jawoll! Schön, Leblanc. Was geht da? Kriegen ja Momo nicht platt. Jawoll, schön von der Leblanc. Und Quinn war auch wieder da. Und Quinn war auch wieder da. Ich zeige dir den Weg. Ich zeige dir den Weg. Ich zeige dir den Weg. Drake sollte safe drin sein. Oh well. Ich zeige dir das. Ich zeige dir das. Ich zeige dir das. Jood. Gut. 5-1 mittlerweile. Das sieht gut aus. Dazu haben wir drei Drakes bekommen, wollte ich sagen. Drei Drakes haben wir schon bekommen. Von der Tower. 3-2 Führung. Zwei Kills für die Gegner. Das ist weniger schön. Die werden alle unten rum. Botland Tower kriegen sie jetzt natürlich safe. Ich brauche als nächstes Item dann dringend die QSS. Genau, schön den Draven blenden. Oh, ja. Ja, 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 ja. Sehr schön. Alles in allem jetzt sehr gut ausgegangen. Auch wenn es mich das Leben gekostet hat. Was ist das Schöne, wenn man eine Queen im Team hat? Ähm, ja, man kann halt oft in Überzahl spielen. Da sie wirklich sehr, sehr mobil ist. Guck mal, ob wir die Riven finden. Ne, ist nicht mehr da. Schießt mir deine Handelektion. Ja, ist alles noch sehr in Waage. Also, safe gewonnen haben wir es noch nicht. Leblanc macht aber auch einen guten Schaden. Tristana auch. Also, da geht was. Jetzt gehen wir uns. Jawohl, nice. Die Riven holen. So. Hier haben wir. Das heißt, das ist aber trotzdem wieder schnell back. Nicht streaken. Hab kein Uld. Mal ordentlich gegenpushen. Drake kann ich so. Doch. Äh. Einmal pushe ich noch. Aber da hat man eben sehr schön wieder Amomo gesehen. Ist schwer, einen Drake zu machen, wenn alle Lanes so ein bisschen reingedrückt sind. Und da kommen sie wie die Großen. Hey. So, weiter geht's. Mit da reinpushen. So, da haben wir auch die Riven platt. Ich geh erst mal die Krabbe vorm Baron machen. Da ist er. Durch den Baron könnten wir throwen. Das will ich nicht riskieren. Da sind schon die ganzen Gegner. Das ist nämlich standardmäßig. Wir haben nicht mal den Inhab bekommen. Also kein Safe Baron. Und selbst wenn man den hat, würde ich immer noch so ein bisschen warten. Ich finde, du lebst gefährlich. Jetzt können wir Baron machen. So. Mit dem ganzen Gold wollen wir aber doch erstmal Base. Jetzt holen wir uns noch eine Quicksilberscherpe. Aber die LeBlanc, die ist wirklich gut drauf. Bin ich froh, dass die bei uns im Team ist. Followt schön, macht richtig heftig Schaden. So, und ich geh jetzt mal auf der Botlane-Split pushen. So. 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 so äh lol jetzt noch Hardcore-Lags am Schluss aber Game schön gewonnen und ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja Daumen hoch bitte nicht vergessen in diesem Sinne bis zum nächsten Game euer Ram